Wenn es um Frischprodukte geht, ist Coop besonders kritisch. Nur was Jahr durchgeheckt und pflegt, mit viel Sonne verwöhnt und sorgfältig gepflückt wurde, kommt auf schnellstem Weg in die mehr als 1300 Verkaufsstellen. Dass Sie morgen bei Coop kaufen können, was heute geerntet wird. Diese zarten Pfirsich zum Beispiel gibt es bei Coop jetzt zum Aktionspreis. Das Kilo für nur 1,70. Bis am nächsten Dienstag offeriert Ihnen Coop eine Dose Midi-Sweet-Korn für nur 1 Franken. 1 Liter Coca-Cola für nur 90 Rappen. Und 1 Liter Dorina-Sunnenblumenöl, 1 Franken günstiger für nur 4,20. Auf Wiedersehen!